Alter, wir können die Truppen hier vergrößern, fällt mir gerade auf. Oh mein Gott, wie groß können wir die Truppen machen? Okay, ich muss sie ganz kurz mal aufsaugen lassen. Vorburgen haben wir entdeckt. Jetzt haben wir alle Militärgebäude des Hochmittelalters. Aufgeburtsstärke 15%. Chat, das wird gleich sehr unangenehm. Und was nehmen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, die versteht er rum. Okay, das wird jetzt gleich unangenehm hier oben. Ich werde trotzdem Ostanglien-Ansprüche kaufen. Der Grund dafür ist, dass ich ja mit Mercia gleich noch... ...gleich einen Waffenstillstand habe. Ich verbessere in Wades keine Gebäude. Das sind alles Vasallengebäude. Da mache ich nichts. Jetzt kümmern sich die Vasallen drum. Ich hole mal ein bisschen Gold von meinem Priester-Obermann. 1500 Digga. Schmeckt. So, ich lasse jetzt sozusagen erstmal die Verstärkung hochziehen. Ich bin froh, wieder wohl auf zu sein. Sehr gut. Die Kriegsordnung ist so krank. Und wir haben immer noch keinen Glaubenskrieg unten irgendwie. Jerusalem und so? Das ist ziemlich ruhig, Junge Papst. Okay. Gucken wir mal nach den Vasallen. Oh Gott, Digga. Hör doch mal auf, ständig die Titten deiner Frau hier zu zeigen, Alter. Ist ja unangenehm. Was? Was passiert da? Königreich. Ich kann Königreich von Mercia, kann ich nicht. Weil ich schon König bin. Oh, warte mal. What? Oh. And suddenly the tables have turned. Oh. Aha. Oh. Aha. Oh. Hm. Gut. Ich warte kurz mal auf meine Militäreinheiten. Die müssen sich noch ein bisschen, gerade die Bogen schützen. Das braucht noch ein bisschen Zeit hier, also ich vollmündig, einem vollmündigen Geschmack zu entwickeln. Aber ich werde nicht weiter Zeit verschwenden. So. Bro. It is war. Okay. Krieg. So. Jetzt heben wir die mal aus. Hier die laxt Knochen. Alter. Oh. 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 So. Oh. Hier geht hier rein. Hier geht hier rein. Hier geht da rein. Ihr stellt euch dahinter. Und ihr stellt euch dahin. Oh. Bro. Bleibt mal da. Da müssen wir mal gucken, wo die hinwollen. Ich gehe trotzdem erst mal rein. Die gehen nach oben. Die wollen hier zurückerobern wahrscheinlich. Nee, die wollen hier nicht. Wo gehen die hin? Ich warte gerade ein bisschen ab, um zu schauen, in welche Richtung die gehen. Okay. Die schiffen doch nicht rüber, oder? Das seid ihr dumm. Das wollt ihr nicht machen. Oh, doch, oder? Ich muss reagieren. Wenn die drüber schiffen wollen. Ja, die wollen hier irgendwas machen. Ich werde intervenieren. Mal kurz warten. Hier rein. Der Krieg will nicht hier oben stattfinden. Oh Gott. So, jetzt wird es interessant. Erstmal müssen meine ganzen Truppen ankommen. Jetzt haben wir sie alle da. Sehr schlechte Würfe, also. Endlich wurde mal wieder ein Kind geboren. Huhu, huhu. Not bad. Not fucking bad. Unser Neffe ist gestorben? Krass. Was macht er denn gleich? Achso. Shit. Kinder. So, wir haben sie auf jeden Fall hier gut. Ähm. Ja, da unten ist es jetzt nicht so wild. Sehr gut. Gut. Ihr beiden... Warte mal. Was, 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 was? Ihr beiden... Alter, jetzt beruhig dich doch mal. Du gehst mal bitte hier hin und belagerst das. Du gehst mal bitte da hin und belagerst das. Und der Rest verfolgt diese Truppen. Das war Nella. Armeegold unterhalt 15% Aufschub, Wurtsstärke 100%. What the fuck? Du musst das einnehmen und du musst weiter. Geh hin. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Truppen rausgenommen. Aber vielleicht nicht genug. Mal schauen. Ihr habt ein Geheimnis Hexe. Was? Ich will keine Hexe werden. Das könnte unangenehm werden hier umgehen. Ich warte erstmal bis da oben der fertig ist. Unterhalt ist in Ordnung noch. Stark. Jetzt... ...ist das hier erforderlich. Ein Söldner teuer. Äh, Söldner holst du hier. Ich könnte jetzt beispielsweise... ...für 1500 Söldner holen. Aber mir würden, glaube ich, die schon reichen. Zack. 2000er Stack. Jetzt habe ich sie. Und eine ist sogar abgehauen. Perfekt. Perfekt. Alle kontern sich so ein bisschen gegenseitig aus. Sehr gut. Es geht weiter. Der Söldner-Verbund positioniert sich mal im Vorderfront. Ich verberne mich meine eigenen Truppen nicht. Wir rücken auf Mers. Also auf die Hauptstadt Warwick zu. Ich denke, du kannst da auch rein. Oh, was haben wir denn hier? Offenbartes Geheimnis. Oh, Digga. Das ist mir so scheißegal gerade. Eure Sünden haben einen Preis. Oh no. Ich bin nicht mehr Tugendheld. So. Das ist eingenommen. Das ist eingenommen. Ihr müsst mal hier runter. Das mit einnehmen. Und ihr müsst das mit einnehmen. Ich werde mal mit den Söldnern die verfolgen. Und gucken mal, wo die hinwollen. Ah, hier sind sie. So. Okay. Sieht ganz gut aus aktuell. Ich denke, wenn wir die Hauptstadt eingenommen haben, wird das deutlich besser sein noch. Wahnsinn, wie schnell das geht, ne? Mit den Belagerungswaffen. Belagerungsvorschritte am Tag 5,4. Das ist eine ziemlich... Eine Dreier-Garnision. Das ist schon nicht unerheblich. Wo wollt ihr hin? Ihr wollt hier rüber. Wo wollt ihr hin? Ihr verbunkert euch mal da zusammen. Ich hab das Gefühl, die ziehen hier rüber. Dann kann ich aus dieser Einheit... Zwei abziehen. Ja. Ich muss da mal ein bisschen zusammenschließen. Okay, wir haben gewonnen. Oh mein Gott, Digga. 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 Hm. Oh, Warwick hat ein... ...es Gebäude, aber ich brauch das nicht. Okay. Dann kriegst du das. Hier, der 10-Jährige... ...kriegt das. Und du kriegst... ...das hier. Und... ...ich bin wieder clear. Herzogtümer... ...König von Mörsia... ...Kleinkönigreich von Mörsia... ...vergeben an... ...vergeben an... ...den hier, glaub ich. ...krieg... ...gut. So, jetzt... ...es... 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 ...es langsam... ...wird langsam interessant. Wir haben Mörsia natürlich einen erheblichen Schaden zugefügt jetzt, ne? Also... ...das ist... ...ä... ...crazy. ...und das Gute ist... ...dass ich direkt weitermachen kann... ...weil ich hier drüben einen Anspruch gekauft habe. Ich kann... ...England... ...jetzt fast... ...komplett... ...rüberballern. Ich warte noch eine Sekunde. Ähm... ...witzig. ...zehn. Zehn. ...Hartsposten, sehr gut. Ja, also es ist... ...was die Kinder angeht. Also ich bin natürlich bedient. Ähm... ...aber ich habe lange kein Kind mehr bekommen. ...ähm... ...ist okay. ...so... ...okay, okay, okay. Der hat hier drüben aber auch noch einen Punkt. Also ich muss mal kurz, ich muss mal hier sammeln. Und wir gehen hier. Der Verbündete? Gehen hier rein, ausheben. Das dauert ein bisschen, weil ich gerade erst Krieg hatte. Truppen sind am Limit. Hier rein, du gehst dahin. Ich glaube, du bleibst erstmal da, wo du stehst. Die dämliche Pendecho hat immer noch keine Klamotten an, Alter. Warum dauert das denn so lange hier drüben? Ah, okay, alles klar. Ähm, wir warten mal. Sehr gut. Gehen rein. Zwei Truppen. Ah, ich hab dich. Perfekt. Okay, perfekt. Du gehst da runter. Und du gehst da vor. Das sollte schon reichen. Du gehst hier rüber. Oh, 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 oh. Der will doch nicht etwa immer. Du bleibst mal schön da, wo du bist. Okay. Okay. Nice. Auch mal abgefangen. So, die löse ich mal dahingehend auf und dahingehend. Äh, wo holst du das? Was? Okay. Und wir haben's. Gut. Puh. Alter, wir haben hier einen ganz schönen Keil reingetrieben jetzt. Hahaha. Hä? Und York? Kleinkönigreich York? Na, wie ist? Ich hab leider keine 500 gerade. Aber ich könnte gleich den Anspruch auf den Kleinkönigreich York fallen. Na? Haben wir Cornwall? Ne. Dann mach ich das hier oben zu. Und das Kleinkönigreich York kaufe ich komplett. Ne? So. Schön. Das heißt, jetzt könnte es sein, dass ich es heute noch schaffe, den Kaisertitel zu schaffen. What's happening? What's happening? Äh, wer kriegt denn das hier? Der hier. Was hält der aktuell? Ich hab den, glaub ich, das hier drüben gegeben, ne? Ah ja, das war. Ja. Das ist in Ordnung. Ich brauch den nicht. Äh, das sind meine Kinder, die von mir alle Titel gekriegt haben. Keine Fraktion aktuell. Das ist ein bisschen Unmut hier.